Wir sind beide vom IEK, das Informatikinstitut in der Innenfeldgasse von Theo Graz und das beschäftigt sich hauptsächlich mit IT-Sicherheit. Also konkret, mein Name ist Maria Eichelseder, ich bin Post-App derzeit dort im Bereich Kryptographie, das heißt, ich beschäftige mich mit Analyse und Design von sicheren kryptographischen Verfahren. Ja, hallo auch von mir, ich bin der Stefan Mohre, ich mache momentan mein Doktorat am IEK, im Zuge dessen beschäftige ich mich mit Trust Management und Web Security und andere Themen, die mich interessieren, sind Container, Container Administration, aber auch Mobile Messenger und generell alle Themen, wo Technik auf Gesellschaft trifft. Ja, also, wie wir wissen, befinden wir uns in einer digitalen Gesellschaft, nicht erst morgen, sondern auch heute. Wir alle kommunizieren sehr viel digital, wir schreiben E-Mails, wir schreiben uns auf WhatsApp, auf Signal, auf Facebook, sowohl privat als auch beruflich und wie das so ist, sind die meisten Messenger heutzutage ja verschlüsselt, das ist sicher. Jetzt ist es aber so, dass nicht nur wir die Dienste benutzen, sondern auch irgendwie halt Kriminellen und Terroristen und sonst wer. Und deswegen Polizei und andere Ermittlungsbehörden ein großes Interesse haben, weiterhin in der Lage zu sein, diese Kriminellen zu überwachen. Und unsere These ist eben, dass dies nicht möglich ist, ohne die IT-Sicherheit für alle anderen auch unsicher zu machen. Ja, also der Kern von unserer These ist ja eigentlich, dass es bei digitaler Kommunikation wesentlich schwieriger ist, dass man die Sicherheit nur von einer einzelnen Zielperson, also zum Beispiel von einer Verdächtigen, kompromittiert, ohne dabei gleich das System für alle unsicherer zu machen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel die persönliche Kommunikation als Beispiel anschauen, dann war es klassischerweise vielleicht so, dass eine Ermittlungsbehörde, wenn sie jetzt so jemanden im Visier hatte, zum Beispiel einfach eine Wanze oder so an der Telefonleitung angebracht hat und man kann sich jetzt vorstellen, das ist irgendwie mit Aufwand verbunden, man muss da hinfahren, wenn man jetzt N Personen überwachen will, skaliert das entsprechend vom Aufwand her. Aber was ist jetzt, wenn die Verdächtigen stattdessen zum Beispiel einen verschlüsselten WhatsApp-Messenger oder Signal oder sonst irgendwas verwenden oder verschlüsselte E-Mails? Da hilft jetzt einerseits die klassische Methode nichts mehr, andererseits ist es natürlich jetzt wesentlich bequemer vielleicht möglich, den direkt zu targeten. Und zwar das Bequemste wäre natürlich, wenn die Ermittlungsbehörden jetzt einfach die Verschlüsselung, die die Kommunikation sichert, zum Beispiel knacken oder umgehen könnten. Jetzt ist es Gott sei Dank natürlich so, dass bei einem modernen Verschlüsselungsverfahren, wenn es richtig implementiert ist, das mit dem Knacken nicht so einfach geht. Und bei Ende-zu-Ende-Schlüsselung ist mit dem Umgehen an nichts. Also die Polizei kann dann nicht einfach zu WhatsApp zum Beispiel hingehen und sagen, wir hätten jetzt gerne die ganze Kommunikation, weil die können es ja selber nicht lesen. Aus dem Grund hat es in der Vergangenheit immer wieder Versuche oder Vorschläge gegeben, wie man denn solche Systeme mit Hintertüren versehen könnte. Zum Beispiel eine naheliegende Variante wäre jetzt einfach, von einer starken Verschlüsselung Verschlüsselung auf eine schwächere zu wechseln. Zum Beispiel indem man eine kürzere Key-Länge oder so vorschlägt oder, was früher von der NSA zum Beispiel versucht worden ist, dass man Exportbeschränkungen macht, sodass starke Verschlüsselungsverfahren nicht mehr exportiert oder Geräte mit solchen nicht mehr exportiert werden dürfen. Die andere Variante, wie man das angehen könnte, ist, dass man fordert, dass solche Kommunikationssysteme zum Beispiel so eine Art goldenen Schlüssel haben oder dass ein Servicebetreiber verpflichtet ist, alle Schlüssel einfach herauszugeben. Da gibt es auch historische Beispiele dafür. Also in den 90ern hat es zum Beispiel einen relativ bekannten Clipper-Chip gegeben, wo die NSA auch alle Schlüssel quasi auslesen konnte. Oder es gibt auch, das war vor wenigen, vor etwas kürzerer Vergangenheit, 2015 ist es bekannt geworden, ein Zufallszahlengenerator, der unter Kenntnis von so einer goldenen Schlüssel plötzlich völlig vorhersagbar wurde und daher ausnutzbar war. Jetzt ist es natürlich so, dass man in beiden diesen Varianten eine systematische Schwachstelle einführt in das System und die kann jetzt natürlich auch missbraucht werden. Einerseits von den Behörden selber oder natürlich durch kriminelle Dritte und sein Verfahren einfach versuchen, selber halbwegs sicher zu implementieren und wäre dann sicherer als die breite Öffentlichkeit, um deren Schutz es eigentlich geht. Und dann haben wir noch einen zweiten Aspekt zur Untermauerung unserer These. Nehmen wir mal an, die Verbindung, wie die Maria gesagt hat, ist sicher. Das heißt, ich kann mit jemandem sicher über WhatsApp kommunizieren, es gibt keine Backdoors. Was kann die Polizei dann trotzdem noch machen? Naja, sie kann das Gerät nicht direkt angreifen. In der Vergangenheit ist es ja passiert, zum Beispiel Bundestrojaner ist ja allen ein Begriff. Wie würde man so vorgehen? Beispielsweise, wenn ich jetzt eine Behörde bin, die Interesse hat, in ein Gerät von jemandem einzubrechen, sei es jetzt ein PC oder ein Smartphone oder was auch immer, dann würde ich hergehen und eine Schwachstelle in der Software suchen, im Betriebssystem, in der App und so weiter und diese Schwachstelle nutzen, um ein Virus zu bauen. Also Trojaner ist da zum Beispiel ein Begriff. Das Problem ist jetzt aber, wenn ich als Staat oder als staatliche Institution einen Bug in einer Software gefunden habe, dann habe ich eigentlich die Pflicht, diesen Bug an diesen Hersteller zu melden, damit der Hersteller dieser App dieses Problem beheben kann, damit das Betriebssystem, die App wieder sicher für alle wäre. Wenn jetzt aber mein Trojaner nur funktioniert, wenn die Software eine Sicherheitslicke hat, dann verliere ich auf einmal das Interesse, diese Sicherheitslicke zu melden. Und das ist ein großes Problem, weil wenn ich jetzt eine Software habe und die hat eine Sicherheitslicke, dann ist die Sicherheitslicke natürlich nicht nur in der WhatsApp-Version von diesem Kriminellen, sondern von jedem von uns. Und wenn der Staat kein Interesse mehr an der Behebung hat, dann wird das zum großen Problem. Okay, also wir haben jetzt gesehen, dass es nicht wirklich möglich ist, nur für einzelne oder schwierig möglich ist, nur für einzelne Personen das System unsicherer zu machen, sondern man müsste die IT als Ganzes unsicherer machen und eigentlich gegen unsere Prinzipien, die wir in der IT-Sicherheit verfolgen, arbeiten. Auf der positiven Seite gibt es auch Bestrebungen in die andere Richtung. Also gerade in den letzten Jahren hat es sehr öffentlich sichtbare Bestrebungen gegeben, die IT oder IT-Systeme als Ganzes sicherer zu machen und auch die Privatsphäre zu stützen. Also bekanntes Beispiel ist natürlich die Datenschutz-Grundverordnung, die jetzt sehr viel in Diskussionen und Medien sichtbar war. Aber ein bisschen weniger präsent, aber trotzdem sehr, sehr wichtig sind Bestrebungen, zum Beispiel gewisse Mindeststandards in der IT-Sicherheit gesetzlich verpflichtend zu machen für Geräte oder Produkte, die hier verkauft wurden. Oder auch zu verpflichten, dass Software über längeren Zeitraum zum Beispiel Sicherheitsupdates erhält. Auf der anderen Seite gibt es auch von gerichtlicher oder öffentlicher Seite positive Signale. Zum Beispiel hat der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, vor ein paar Jahren entschieden, dass die Vorratsdatenspeicherung aufgehoben werden muss, weil diese Art von Massenüberwachung nicht mit unseren Werten oder mit unseren Menschenrechten eigentlich vereinbar ist. Also es hat auch aus der Zivilgesellschaft entsprechend viel Druck in diese Richtung gegeben. Aber das Ganze, diese zwei Richtungen, so einerseits diese Motivation, es unsicherer zu machen, um Ermittlungsbehörden die Sache zu vereinfachen und andererseits aber wirklich für alle, also die Erkenntnis, dass es wichtig ist, auch für alle sichere Systeme zu haben, weil unser gesamtes Leben verkabelt ist im Wesentlichen. Das zeigt ein ziemliches Spannungsfeld auf, das wir derzeit in der Gesellschaft haben. Zwischen eben dieser Sicherheit, die durch Überwachung bewerkstelligt werden soll, gleichzeitig aber unsicherheitbedingt und andererseits Privatsphäre, persönliche Sicherheit, für die auch IT-Sicherheit notwendig ist. Und es ist aus unserer Ansicht nur nicht wirklich entschieden, wo wir da als Gesellschaft hinwollen. Das wird sich noch zeigen. Genau, und deswegen ist unsere Antwort auf, wie verändert unsere These die Gesellschaft eigentlich? Also prinzipiell hat sie schon angefangen, die Gesellschaft zu verändern. Die Digitalisierung ist ja nicht erst seit gestern da, sondern länger. Digitalisierung an sich ist aber ein sehr komplexes Thema und natürlich auch noch nicht hundertprozentig verstanden und noch nicht von allen hundertprozentig verstanden. Und es gibt viele Interessen, die teilweise eben in Spannungsfeldern und Konflikten miteinander sind. Und deswegen glauben wir, dass es einen sehr breiten Diskurs brauchen wird, einen in der Gesellschaft geführten Diskurs, aber auch interdisziplinär geführt. Das heißt, in der Gesellschaft, in der Politik. Es braucht aber Expertisen aus den verschiedensten Feldern. Also bitte nicht nur Technik, sondern auch vielleicht Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, Philosophie ist da ganz wichtig. Oder generell so interdisziplinäre Felder wie die Science and Technology Studies. Es ist jetzt natürlich schon so, dass es auch Vorteile von solcher Überwachung oder von diesem Einführen von Sicherheitslücken gibt. Also zumindest aus Sicht der Ermittlungsbehörden und damit natürlich auch ein bisschen im Sinne der Gesellschaft, die die natürlich vertreten sollen. Es ist auf jeden Fall nachher, falls man solche Überwachungsmethoden oder Schwachstellen einführt, einfacher, bequemer Überwachung durchzuführen, vielleicht auch eine breitere Überwachung. Man kann wesentlich mehr Daten sammeln und es gibt immer wieder die Hoffnungen, dass man daraus wirklich nützliche Big Data Analysen sozusagen durchführen kann. Oder ein Stichwort in dem Kontext ist Predictive Policing. Wobei die Frage natürlich ist, wie realistisch es ist, dass man aufgrund von so Überwachungsdaten wirklich sinnvolle Vorhersagen macht. Aber trotz dieser Vorteile gibt es natürlich sehr immense Nachteile, die aus unserer Sicht eher überwiegen. Also es ist einfach ein grundsätzlich falsches Prinzip, die gesamte Öffentlichkeit zu gefährden, um in einzelnen Fällen vielleicht einen Vorteil bei der Ermittlung zu haben. Also zum Beispiel, was du vorher gesagt hast, das Interesse von öffentlichen Stellen, aber auch Firmen an Fehler jetzt wirklich zu beheben, ist wesentlich geringer, weil eine Firma will vielleicht auch was verdienen, wenn sie dem Staat so einen Fehler, so eine Schwachstelle verkauft, die sie gefunden hat, anstatt sie dem Hersteller zu melden, wo sie behoben werden würde. Außerdem ist der Zugriff auf unsere Rechte natürlich ein extrem tiefer Eingriff in die Privatsphäre, nachdem unser ganzes digitales Leben dort abgebildet ist. Und Massenüberwachung ist einfach vielleicht nicht verhältnismäßig in Relation zu den möglichen Gains, die man hier bekommt. Man kann jetzt natürlich auch ein bisschen weiterspinnen und ein bisschen noch negativer werden und zum Beispiel beobachten, wenn es jetzt möglich ist, einen Rechner auszulesen oder Kontrolle über das System zu gelangen, dann kann man natürlich theoretisch auch in der Lage sein, dort quasi was zu schreiben, einen Beweis dort zu platzieren oder etwas zu manipulieren. Und man muss sich dann schon vor dem Gericht zum Beispiel die Frage stellen, ein Beweis, der mithilfe so eines Trojaners erbracht wurde, ist der dann überhaupt vertrauenswürdig oder gültig oder sollte man den vielleicht eher als wertlos sehen? Und was man einmal bedenken muss, ist, die Zeit geht weiter. Es gibt auch Zukunft. Und selbst wenn die jetzige Regierung oder die jetzige Polizei keine bösen Absichten hat, heißt das nicht, dass es in der Zukunft auch so ist. Und es gibt immer entweder Änderungen im politischen System oder auch Korruption innerhalb des Systems oder einzelne Beamte, die vielleicht ein Interesse haben, was zu missbrauchen. Wir sehen derzeit auch schon in anderen Ländern ein bisschen extreme Ausbucherungen von dieser Überwachung. Bekanntes Beispiel ist in China dieses sogenannte Sozialkreditsystem oder Social Credit System. Das ist ein sehr umfassendes Überwachungsprogramm, das derzeit noch in der Testphase ist, in mehreren verschiedenen Varianten. Und wo wirklich der Versuch ist, durch umfassende Überwachung und Big Data Analyse jeden Bürger zu beurteilen. Also nicht mehr nur Verdächtige, sondern jeden. Und die einzelnen Bürger haben dann teilweise gravierende Vor- oder Nachteile, je nachdem, wie gut ihr Credit sozusagen ist. Das wäre so eine Ausbaustufe, in die sie das quasi auswuchern kann, wenn man es zu sehr akzeptiert. Also in Zusammenfassung, es ist schon verständlich, dass man sich so etwas wünscht, solche Überwachungsmöglichkeiten. Und das mag auch in einzelnen Fällen wirklich Vorteile haben. Aber als Ganzes für die Gesellschaft ist es vielleicht zu hinterfragen. Das ist eine ausgezeichnete Frage, denn natürlich hat nicht nur ein Service Provider eine gewisse Bringschuld, um IT-Sicherheit zu erreichen, sondern es muss wirklich jeder Einzelne daran mitarbeiten, indem er sorgsam mit seinen Daten umgeht, sorgsam mit seinen Passwörtern umgeht, schaut, dass er sein System aktualisiert und so weiter. Und ich glaube, dass es vielen Leuten nicht bewusst ist, wie massiv die Konsequenzen eigentlich sein können, wenn es IT-Sicherheitsproblem in der Praxis ergibt. Es ist aber genauso an den Programmierern, an den Entwicklern von so einer Software, die so zu bauen, dass sie sinnvoll und sicher benutzbar wird. Das ist natürlich in der Praxis oft nicht der Fall. Das heißt, man muss da schon aufpassen, wo man jetzt die Verantwortung hinschiebt. Ich finde, dass auch zukünftige Informatikerinnen und Informatiker da eine gewisse Verantwortung haben, das sinnvoll und sicher zu designen. Ich glaube, ein Angriffungspunkt hier wäre noch, früher wurde sehr viel Software von sehr wenigen großen Firmen gemacht und jetzt gibt es immer mehr so Start-up-Kultur oder kleine Unternehmen, die Geräte herstellen, die irgendwie Software drauf haben, in einem Netzwerk hängen und so weiter, sei es jetzt ein schlauer Kühlschrank oder was auch immer. Und da sind die Risiken schon sehr groß oder der Impact, der Potenziale ist schon wesentlich größer und es ist schwieriger sicherzustellen, dass die Software wirklich sicher ist, weil es nicht nur ein paar wenige große Firmen gibt, die diese IT-Sicherheitsabteilung leisten können, sondern es wird viele kleine Nutzer geben, die jetzt vielleicht nicht die umfangreiche Expertise haben, auch wenn ich natürlich hoffe, dass die Informatikstudenten sie zum Beispiel erwerben. Und umso wichtiger ist es jetzt für uns als Forschende auch Systeme zur Verfügung zu stellen, also Verschlüsselungsverfahren zum Beispiel, die möglichst geringe, wie soll ich sagen, wo es möglichst leicht ist, sie sicher umzusetzen und nicht versehentlich dabei Fehler zu machen. Also es müssen viele Parteien mitspielen, die die Lösungen grundsätzlich mal entwickeln, diejenigen, die sie dann in Programme einbauen und verbreiten, und diejenigen, die sie dann nutzen. Wie erwähnt, die digitale Gesellschaft von morgen ist eigentlich die digitale Gesellschaft von heute. Und wir glauben, dass eine freie Gesellschaft Privatsphäre braucht, eine freie Gesellschaft braucht verlässliche IT-Systeme natürlich auch. Und wir glauben, diese Verlässlichkeit und diese Privatsphäre ist nur dann zu gewährleisten, wenn man sichere Kommunikation ermöglicht und da weiterhin in der Zukunft sicherstellt. Das ist sehr wichtig, heute und morgen. Und deswegen muss man aufpassen mit staatlichen Eingriffen in diese Sicherheit. Und wir bevorzugen natürlich eher irgendwelche Richtlinien, die sichere Software gewährleisten und nicht Software unsicherer machen. Leider ist es nun mal so, dass Einschnitte in die Privatsphäre manchmal notwendig sein können. Das muss man zugeben. Und wir glauben aber, der Weg ist, das gezielt zu machen und keinen Fall so, dass es alle anderen unsicher macht. Also die Beispiele, die wir in den vorherigen Fragen erläutert haben, da wird IT als solches unsicherer. Und wir glauben, das ist definitiv der falsche Weg. Und deswegen wäre abschließend unser Appell an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Beispiel die Informatikerinnen und Informatiker von morgen, beteiligt euch an diesem Diskurs und gestaltet es mit, wie die Gesellschaft von morgen ausschauen soll. Das ist die Frage, wie die Gesellschaft von morgen ausschauen soll.